Vor zwei Tagen, da haben wir darüber gesprochen gehabt, über diese Schwefelwolke, die zu uns nach Deutschland zieht. Und heute ist es soweit, die Schwefelwolke von La Palma, die erreicht uns im äußersten Westen. Was ist passiert? Am vergangenen Sonntag ist auf La Palma ein Vulkan ausgebrochen und der stößt seit Sonntag rund 8000 bis 11000 Tonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre. Und da hat sich eine Schwefeldioxidwolke gebildet, die ist langsam Richtung Spanien gezogen, Portugal, Südfrankreich und erreicht uns heute im Westen Deutschlands und zieht dann bis morgen weiter auch in den Osten des Landes. Keine Panik, bei uns wird diese Schwefelwolke für keine Gesundheitsbeeinträchtigungen sorgen, aber durchaus kann hier und da der Himmel heute im Westen und morgen auch im Osten so ein bisschen getrübt und milchig sein. Und das ist eben diese Schwefelwolke über unseren Köpfen, genauer gesagt in rund 5000 Metern Höhe, also ein richtiges Naturschauspiel, so ein bisschen analog zum Sahara-Staub. Und wir schauen uns gleich mal an, wie genau zieht diese Wolke. Ja und diese Wolke, die kann sogar so ein bisschen Einfluss auf unser Klima haben, zumindest ganz, ganz, ganz kurzfristig, eher auf unser Wetter, um genau zu sein. Aber generell gilt, so ein Vulkan kann durchaus auch mal positive Auswirkungen auf die Klimaerwärmung haben. Apropos Klimaerwärmung, gestern bin ich reingeraten in eine Demonstration von Fridays for Future oder besser gesagt in den Stau bin ich geraten von den ganzen Eltern, die die Klimaaktivisten abholen wollten von der Demo. Also bei uns hätte es das, glaube ich, damals nicht gegeben. Hätte ich meinem Vater gesagt, fahr mich mal schnell zu einer Demo vor 20, 30 Jahren. Ich glaube, der hätte mir den Vogel gezeigt. Ei Bub, es gibt doch einen Bus, der fährt da oben ab. Bei uns war es so im Ort, da gab es nur eine Bushaltestelle oben am anderen Ende des Ortes. Wir wurden auf der anderen Seite, das war dann so ein Kilometer-Fußmarsch, war auch zu überstehen. Oder er hätte gesagt, nimm halt das Fahrrad. Wir wurden auch irgendwie damals nie zur Schule gefahren, wie das heute der Fall ist. Da hat man so das Gefühl, die Eltern fahren am liebsten mit dem Auto bis vor die Haustür der Schule. Damals war das auch nur im Notfall so. Da konnte man sich mal abholen lassen, wenn man krank war. Da musste man schon schwer krank sein. Und dann wurde man auch mal mit dem Auto von der Schule abgeholt. Aber ansonsten hieß es Bub, nimm den Bus, den Bus ist bezahlt. Und da gab es eben keine Nummer von wegen, wir fahren nicht mal dahin, wir fahren nicht mal hier hin. Und so eine Klima-Demo mit dem Auto fahren, das hätten sie wahrscheinlich schon damals nicht gemacht. Ja, wie dem auch sei, erstmal herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Wir schauen uns jetzt das Wetter an. Das Wetter heute am Wochenende und vor allen Dingen auch nächste Woche. Es bleibt spannend, es wird kühler, aber dann könnte es auch wieder wärmer werden. Und dann schauen wir, wie zieht diese Schwefelwolke Richtung Deutschland heute und wie zieht sie weiter. All das, wie gesagt, jetzt hier im Video. Zunächst wie immer der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und das Hochkersten liegt heute wieder mitten über Deutschland. Und das heißt, es gibt heute sonniges Wetter in vielen Landesteilen, eben nicht in allen. Im Norden, da ziehen ab und zu heute noch ein paar Wolkenfelder vorüber. Im Süden bleibt es überwiegend freundlich. Morgens kann es hier und da Nebel geben. Auch zum Mittag relativ ähnlich in der Mitte und im Süden freundlicher als im Norden. Hier sind die Wolken etwas zahlreicher. Es bleibt aber überall trocken. Und auch heute Abend insgesamt sehr entspanntes Spätsommerwetter, Altweibersommerwetter, viel Sonnenschein. Hier und da kann man im Westen vielleicht auch schon die Trübung sehen. Und vom Sahara-Staub, hätte ich fast gesagt, nein, von der Schwefelwolke. Also heute Abend mal ein bisschen in den Himmel gucken, wenn es klar ist. Und mal gucken, ob der Himmel so ein klein wenig trüb ist. Wir schauen auf die Höchsttemperaturen heute. 19 Grad im Norden, das sind die vielen Wolken. Sonst 21 bis 26 Grad. Die höchsten Temperaturen gibt es im Südwesten. Morgen früh nicht ganz so kühl. Der Start in den Wahlsonntag. Daran denken, morgen ist Bundestagswahl. Wählen gehen, wer es noch nicht per Brief getan hat. Die Temperaturen 14 Grad bis 16 Grad in den höheren Lagen. Und im Südosten 11 bis 12 Grad morgen früh. Das Wetter verbreitet noch freundlich. Aber im Westen, da ziehen schon am Morgen die ersten dichten Wolken auf. Die bringen dann hier und da einzelne Regenschauer zum Nachmittag. Teilweise auch Gewitter im Westen von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg. Im Rest des Landes bleibt es eigentlich bis zum Abend überwiegend freundlich. Mal Sonne, mal Wolken. Dagegen im Westen und Südwesten weitere Schauer und Gewitter. Morgen zur Bundestagswahl nochmal sommerlich warm. Bis zu 23 Grad im Norden und Südosten. Sonst 25 bis 27 Grad. Und dann am Montag eher wechselhaft. Viele Wolken, immer wieder Regengüsse. Die Temperaturen nochmal warm. Hier im Osten bis zu 26 Grad. Im Westen schon kühler, 21 Grad. Und auch im Südosten Temperaturen um die 19 Grad. Zum Dienstag insgesamt wechselnd bewölkt. Aber weitgehend trocken schon wieder. Die Regenschauer ziehen ab. Und die Temperaturen, die rutschen nach unten. Maximal noch 17 bis 20 Grad. Wir kommen der Sache also etwas näher. Richtung Normaltemperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Der Mittwoch auch durchwachsen. So ein bisschen Aprilwetter. Mal Sonne, mal Wolken, mal einzelne Regenschauer. Und noch kühler im Nordwesten. Und Westen 15 Grad. Auch in der Mitte maximal 15 Grad. Im Osten dagegen mit 18 bis 21 Grad am wärmsten. Und wir blicken mal auf den Donnerstag. Da ist es dann noch kühler. Tageswerte gerade mal um die 14 bis 17 Grad. Und die Nachttemperaturen teilweise wieder unter 5 Grad. Da hat man so das Gefühl, der Frühherbst, der Herbst nimmt jetzt richtig an Fahrt auf. Aber wir springen mal auf den 3. Oktober, auf den nächsten Sonntag, auf den Tag der Deutschen Einheit. In diesem Jahr ja dummerweise ein Feiertag. Und da sieht es schon wieder relativ mild aus. 19 bis 23 Grad. Zumindest wurde das in den vergangenen Stunden von den Wettermodellen immer wieder mal berechnet. Ein Hin und Her in der Wettermodellwelt. Wir schauen auf die Wetterlage nächste Woche Mittwoch Richtung Ende des Monats. Und da haben wir hier bei Deutschland kalte Lufttemperaturen unter 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Aber schon zum ersten Oktoberwochenende könnte es wieder wärmer werden hier aus Südwesten. So zumindest war die Prognose immer wieder mal bei einigen Läufen vom amerikanischen Wettermodell, aber auch vom europäischen Wettermodell. Doch es springt ständig hin und her. Auch das hier ist eine Prognose für den 3. Oktober, für den Sonntag, den Tag der Deutschen Einheit. Darum aber da sieht es wiederum ein bisschen kälter aus. Also ein Hin und Her, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersage an, ob die vielleicht ein bisschen mehr Klarheit im Programm hat. Wir sehen hier die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Das hier ist die langjährige Durchschnittstemperatur in dieser Höhe. Und das Rote, das ist das Mittel aus allen aktuellen Ensemble-Berechnungen. Und diese dicke rote Linie, das ist die 15 Grad Linie in 1500 Metern Höhe. Da liegen wir an diesem Wochenende teilweise noch ein bisschen darüber. Dann kommt aber der deutliche Temperaturrückgang. Das Mittel rutscht fast auf die 0 Grad ab in 1500 Metern Höhe. Und das zum Monatswechsel. Aber danach zeigt die Kurve schon wieder Richtung Klimamittel und bleibt dann auch auf dieser Höhe. Doch einzelne Ausreißer, die gehen noch deutlich höher. Teilweise sogar bis zu 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das würde uns unten am Erdboden nochmal Temperaturen von über 25 Grad bescheren. Insgesamt vorübergehend auch wechselhaft. In den letzten Septembertagen immer wieder Regengüsse, zumindest im Süden des Landes. Wir schauen auf den Westen. Auch hier relativ ähnlich. Aktuell dieser Wärmeberg in 1500 Metern Höhe. Dann wird es auch hier im Westen kühler. Doch danach beginnt das große Rauschen. Auch hier dieser Unsicherheitsbereich. Wir haben einzelne Berechnungen Richtung 15 Grad Marke. Andere bei 0. Ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, wie es da genau weitergeht. Und für den Osten hier mal die 2 Meter Temperatur. Auch hier relativ ähnlich das Ganze. Aktuell die Werte steigen auf 25 Grad. Dann kommt auch hier der Temperaturrückgang auf Werte um die 15 Grad. Aber wir erkennen auch hier bei der 2 Meter Temperatur im Osten, die steigt wieder an in der Prognose. Einzelläufe bei 25 Grad. Und da sind wir schon beim 5. Oktober mit den 25 Grad. Aber der Unsicherheitsbereich ist groß. Also noch ein Fragezeichen dahinter. Viele Niederschlagssignale sind aber hier im Osten nicht mit dabei. Und zum Schluss noch mal der Blick nach Norddeutschland. Dieses Mal auf die Temperatur in 1500 Metern Höhe. Und da gibt es aktuell eben auch einen Wärmeberg. Deswegen heute und morgen auch im Norden noch mal angenehm warm. Dann auch hier der Temperatursturz. Die Temperaturen gehen runter fast auf 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Und danach, ja, da ist die Unsicherheit groß. Da gibt es einzelne Berechnungen Richtung 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Andere gehen sogar auf minus 5 Grad runter. Da wäre es ja fast schon früh winterlich. Da könnte es auch mal ein paar, ja, in den höheren Lagen Schneeschauer geben. Im Harz beispielsweise in den Gipfellagen. Also die Unsicherheit ist hier auch im Norden immer noch sehr groß, wie es genau zum Start in den Oktober weitergehen könnte. Ja, und was macht jetzt diese Schwefelwolke? Hier ist Deutschland und das ist die Lage dieser Schwefelwolke, Schwefeldioxidwolke heute Mittag um 14 Uhr. Und wir sehen hier, die zieht sich wirklich von den Kanaren an Nordafrika vorbei, über das Mittelmeer, an Spanien vorbei, über Frankreich bis hier zu uns nach Westdeutschland, auch bis in die Schweiz hinein, nach Italien. Und das Ganze zieht dann auch langsam weiter bis heute Abend Richtung Ostdeutschland. Und wir sehen hier rot eingefärbt, beziehungsweise farbig eingefärbt, die Konzentration an Schwefeldioxid, die ist deutlich höher als normal. Wir sprechen aber hier von einer Schwefeldioxidwolke, die in 5000 Metern Höhe unterwegs ist. Das hat also keine Gefahr für uns unten am Erdboden, keine Gefahr für die Gesundheit und übrigens auch keine Gefahr für den Flugverkehr. Es ist nämlich keine Aschewolke. Damals der Vulkan auf Island, der hat ja Asche ausgestoßen und diese Aschewolke, die war gefährlich für die Flugzeugturbinen. Deswegen gab es Flugverbote. Das ist aber dieses Mal nicht der Fall. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran auf den Sonntagmorgen um 8 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und da sehen wir Schwefeldioxid direkt hier über Deutschland. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, der Himmel kann hier und da ein bisschen milchig erscheinen, ein bisschen trüb. Und das ist quasi das Schwefeldioxid, was da in der Atmosphäre in rund 5 Kilometern Höhe unterwegs ist. Das kann auch am Sonntag hier und da mal ausgewaschen werden durch kräftige Regenschauer, durch Gewitter, vor allen Dingen im Westen. Dann fällt es einfach runter. Ich hatte es schon mal erwähnt, ein Landwirt hat gesagt, er freut sich drauf, denn normalerweise düngt er mit Schwefel seine Felder. Und wenn der Schwefel zumindest ein bisschen frei Haus runterfällt, dann spart das auch mal ein klein wenig an Düngung mit Schwefel. Gut, viel kommt da eh nicht runter. Und ja, das ist sehr spannend insgesamt. Diese Schwefelwolke wirklich von den Kanaren bis zu uns ist so ein bisschen ähnlich wie der Sahara-Staub. Aber wie gesagt, für uns hier keine Gefahr. Und diese Karte auch für Sonntagmorgen 8 Uhr gültig, die zeigt das Sulfataerosol. Das bildet sich aus dem Schwefeldioxid durch chemische Reaktionen. Und das ist was ganz Positives in der Atmosphäre. Das reflektiert das Sonnenlicht, diese Aerosole. Und das vermindert quasi die Aufheizung unseres Erdbodens. Und das ist sehr spannend, vor allen Dingen bei sehr großen Vulkanausbrüchen. Beispielsweise beim Pinatubo, das war in den 90er Jahren auf den Philippinen. Der hat da sehr viel in die Atmosphäre geblasen. Das war auch ein globales Ereignis. Und danach ist die globale Temperatur auch mal ein kleines Stück nach unten abgesagt. Also so ein Vulkanausbruch, das ist schon was Positives, in Anführungszeichen gegen die Klimaerwärmung. Ja, gibt es eben nicht alle Tage. Und so einen richtig fetten Vulkanausbruch muss man auch nicht unbedingt erleben. Vor 100, 200 Jahren gab es auch mal einen ganz großen Vulkanausbruch. Danach folgte das Jahr ohne Sommer. Vielleicht hat es schon jemand von euch mal gehört. Eben auch wegen dieser enormen Aschewolke mit sehr viel Sulfat-Aerosol. Da wurde viel Sonnenlicht reflektiert wieder zurück nach oben. Und deswegen ist einfach die Erde global für eine Zeit lang etwas ausgekühlt gewesen. Also so ein Vulkanausbruch hat durchaus positive Auswirkungen auf das Klima beziehungsweise spielt gegen die Klimaerwärmung. Aber es ist eben keine sehr nachhaltige Reaktion. Das heißt, bei so einem fetten Vulkanausbruch wird das Klima nicht für die nächsten 10, 20, 30 Jahre beeinflusst sein. Es ist meist nur ein, zwei Jahre die Haltbarkeit von diesen Auswirkungen. Ja, das war es vom Wetter hier am Samstag bei wetter.net. Später kommt mein Kollege natürlich nochmal für euch mit dem aktuellen Wetter, mit dem Update für das Sonntagswetter. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns natürlich immer auch gerne über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net. Tschüss und einen schönen Samstag.